Wir sind heute beim Nordsee-Firmenlauf. Ein Lauf, der einmal im Jahr stattfindet, eine super Veranstaltung. Wir laufen heute für Kronos als Team. Ein Highlight für alle Läufer in Nordenland. Es sind 5,8 Kilometer, habe ich gehört. Ich weiß, dass es einmal durch die Stadt geht, aber auch am Deich entlang und natürlich bei Kronos vorbei. Und das mit den Kollegen zusammen hier macht noch mehr Spaß in der Gemeinschaft. Heute wollen wir einfach mal wieder unser Gemeinschaftsgefühl stärken und deswegen nehmen wir alle am Firmenlauf teil. Die einen walken, die anderen laufen. Es ist egal, dabei sein ist alles. Die Leute. Die Leute. Die Leute. Untertitelung des ZDF, 2020 Von der Strecke her finde ich das hier immer wieder toll, eben dieser kleine Rundparcours und auch, dass so viele Teilnehmer dabei sind, finde ich immer wieder toll. Gerade für so eine kleine Stadt, die wir hier haben, ist es immer wieder schön zu sehen, dass so viele Leute sich dafür interessieren. Ich finde es auch gut, dass es irgendwo freiwillig ist, jeder kann sich messen, ein bisschen gucken, also schon super. Das Schönste für mich ist im Endeffekt mit den Kollegen was zu unternehmen und die Kollegen auch mal so ein bisschen kennenzulernen und auch ein bisschen Connors nach außen zu tragen. Ja, Suchtfaktor, macht Spaß und freut man sich schon aufs nächste Jahr. Ja, Suchtfaktor, macht Spaß und freut man sich schon aufs nächste Jahr.